Heute dreht sich alles ums mobile Internet bei Computertipps. Genauer gesagt um den mobilen Surfstick von O2. Mehr dazu jetzt gleich bei Computertipps. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Computertipps. Heute wie gesagt bei uns im Review dieser Surfstick von O2. Was kann er wirklich, was bringt er für Funktionen mit, wie bedient man ihn, all das erfahrt ihr jetzt. Nach dem Kauf muss zuerst einmal die SIM-Karte eingelegt werden. Das erfordert etwas Geschicklichkeit und vor allem Geduld, denn der Deckel ist etwas schwer aufzubekommen. Wer den Stick auch als Speicherort verwenden will, kann die Gelegenheit nutzen, um eine MicroSD-Karte an der Seite einzulegen. Hat man das dann endlich geschafft, kann man zum zweiten Schritt übergehen. Um den Stick nutzen zu können, müssen Software und Treiber installiert werden. Das ist aber ganz einfach und dauert keine 5 Minuten. Nun muss nur noch der PIN eingegeben werden. Danach kann man aber nicht direkt das mobile Internet nutzen. Zuerst muss man noch eine Flatrate wählen. Es gibt eine Tagesflatrate und mehrere Monatsflatrates mit je unterschiedlichen Highspeed-Volumen. Das Guthaben des Prepaid-Sticks kann ganz einfach mit den normalen O2-Codes aufgeladen werden. Mit 15 Euro ist der O2 Surf-Stick einer der günstigsten Internet-Sticks. Mein Fazit zu dem O2 Surf-Stick ist, der Surf-Stick, der eignet sich sowohl für diejenigen, die viel unterwegs sind und oft das Internet unterwegs brauchen, als auch für diejenigen, die nur mal einen Tag unterwegs sind und da dann auch Internet brauchen. Das wird ja dann mit der Tagesflat- und der Monatsflatrate geregelt. Natürlich hat auch der Surf-Stick das Problem, dass er in ländlicheren Regionen mal den Geist aufgibt, aber in größeren Städten sollte das nicht vorkommen. Und kommt es meiner Ansicht nach auch nicht. Naja, insgesamt lohnt sich der Kauf eines solchen Surf-Sticks wirklich, zumal er vergleichsweise sehr günstig ist. Ich würde ihn einfach nur empfehlen, für diejenigen, die sich schon länger überlegen, einen Surf-Stick zu kaufen. Das war es soweit von Computertipps. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Dürft uns natürlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.